Jedes Jahr frage ich mich und andere neu, was es bedeuten kann, ja bedeutet, ein erlöstes Leben zu haben. Wir kennen das theologische Konzept, durch Jesus ist Schuld und Sünde von uns genommen. Das bedeutet, durch Jesus ist tiefe, volle Gemeinschaft mit Gott möglich und genau das ist es. Wofür das Menschenherz geschaffen ist, was dem Ebenbild Gottes, nachdem der Mensch gestaltet ist, entspricht. Es geht um das erlöste Leben in dieser Welt, in der irdischen Biografie. Natürlich nehmen wir auch gerne das ewige Leben in Anspruch. Und wenn wir es theologisch präzise bedenken, erwarten wir das ewige Leben nicht erst im Zuge des Sterbens, sondern es ist schon in uns, es ist bereits unser Leben, dieses ewige Leben, nämlich durch den Glauben im Heiligen Geist ist es uns jetzt schon geschenkt. Und dieses ewige Leben leben wir jetzt schon. Das ist eben das Wesen der Neuschöpfung, das macht die neue Kreatur aus. Eben aus Gott, aus dem Geist, von oben herab neu geboren sein. Mir ist es ganz wichtig und das Hauptthema geworden, die Kontaktstelle aufzuspüren und im Blick zu halten, die Kontaktstelle, die Nahtstelle, die Schnittstelle, an welcher unsere Wahrnehmung, unsere Antenne und die Gabe Gottes, das Geschenk des Heiligen Geistes zusammentreffen. Das heißt, wie geschieht die Übergabe des Geschenks Gottes an uns Menschen? Wie geschieht das Entgegennehmen? Wie kann das von uns behindert oder, was ja unsere Absicht ist, gefördert werden? Wie kann das geschehen? Ich möchte heute Einblick geben in das Leben der bereits selig gesprochenen Elisabeth von der heiligsten Dreifaltigkeit, Elisabeth von Dijon. Es ist zu erwarten, dass sie noch in diesem Jahr heilig gesprochen wird. Geboren ist sie 1880 und verstorben ist sie 26-jährig, 1906 im Kamel von Dijon. Es ist meines Erachtens nicht ganz entscheidend, welche Biografie wir uns anschauen. Natürlich wollen wir anschauen, eine Biografie, in welcher deutlich wird, was Hans Urs von Balthasar einmal gesagt hat, dass Heilige das Ganzsein, das Heilsein aus Gnade beweisen, sagt er sogar. Das heißt, es geht uns um Menschen, die sich so, ich sag's mal sehr sachlich, die sich von Gott vervollständigen lassen. Die sich von Gott vollkommen machen lassen. Es geht um Menschen, die bejaht haben, ihre eigene, natürliche Existenz mit ihren Möglichkeiten und ihren Grenzen. Und es geht um Menschen, die das allerhöchste Ideal vor Augen hatten und dem auch zustreben wollten. Das heißt, es geht um Menschen, die an die Gottebenbildlichkeit geglaubt haben und so mit dem Bild Gottes in der eigenen Seele Kontakt hatten und dem entsprechen wollten in ihrem Denken, in ihrem Streben, in ihrem Wollen. Der Wille wird bei Johannes von Kreuz als Strebekraft bezeichnet. Also Menschen, die mit ihrem Denken und ihrem Streben sich abgestimmt haben mit dem Bild Gottes, nach dem ihr Wesen gestaltet ist. Also Orientierung in allem Streben am Bild Gottes, das in der Seele eingestaltet ist, an dieser göttlichen Grundausstattung von Gott her gegeben. Es geht im Blick auf die höchsten Ziele um Menschen, die in keinerlei Weise und in keinerlei Hinsicht unter ihrem Niveau bleiben wollten und die, die sich nicht einschüchtern haben lassen von natürlichen Grenzen, die sich nicht einschüchtern haben lassen durch eigene Gottesversagen, die eben sich vom Wort Gottes her sagen lassen, Gott macht möglich, was für den Menschen nicht möglich ist. Und das und einzig das meint Leben im Reich Gottes. Das heißt, sich nicht mehr definieren nur nach den Möglichkeiten, die sozusagen innerweltlich die gegeben sind. Und wenn jetzt derjenige, der von sich sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, wenn der in diese Welt gekommen ist, damit wir in dieser Welt sein Leben, seinen Geist, seine Liebe, seine Weisheit erleben können, kennenlernen und empfangen können. Also es geht darum, dass wir Jesus nicht als einen Außenstehenden betrachten, der von einer anderen Welt spricht, die halt seine Welt ist und der in dieser Welt nicht akzeptiert wurde und deshalb am Karfreitag gewaltsam hinausverwiesen wurde. Wir glauben daran, dass er im Geist als Auferstandener bei uns ist alle Tage und somit ist die Welt Gottes unsere Welt geworden oder unsere Welt zur Welt Gottes und somit verwirklicht sich, wir können die ganze Bibel durchblättern und auf jeder zweiten Seite einen Hinweis finden, somit verwirklicht sich, Jachwe, ich bin da, hier ist heiliger Boden oder der Himmel steht uns offen, Stephanus oder der Geist erfüllt all jene, die das Wort Gottes hören. Ich finde an jenen Persönlichkeiten, die mir da Orientierung geben, eine Radikalität, eine Konsequenz, die bei Durchschnittskristen nicht zu entdecken ist. Und man sagt ja, dass Heilige konsequenter sind als die Durchschnittskristen. Und nochmals, es geht wesentlich um die Kontaktstelle, die es gibt zwischen dem, was ich zurzeit bin und dem, was ich werde, dank der Gemeinschaft mit dem Auferstandenen. Also wo beginnt dieser Glaube, diese Beziehung, dieses gemeinsame Leben, mich zu gestalten, mich zu animieren, zu begeistern, mich zu beeinflussen, mich gesund zu lieben. Mich eben an das Größere zu binden, was eine Entbindung aus allen ohne dies vergänglichen Bindungen mit sich bringt. Also eine neue, ganz neue Prioritätensetzung, neue Akzentsetzung. Es geht um ein Relativieren von dem, was eben relativ ist. Und das will ja nichts anderes sagen, im großen Zusammenhang, also in der großen Relation, erkenne ich das Kleine und auch werde ich dann nicht mehr das Vergängliche so betrachten, als wäre es ewig oder das Ewige so, als wäre es vergänglich. Das meint abgestimmt mit dem Bild Gottes in uns leben. Aufgrund der doch begrenzten Zeit, die ich hier habe, möchte ich und muss ich gleich auf diese bereits angesprochene selige Elisabeth zu sprechen kommen. Nochmals 1880, am 18. Juli, ist sie in einem französischen Militärlager geboren. Der Vater war Hauptmann in der Armee und diese berufliche Aufgabe des Vaters hat eben diese Familie Cadets nach Dujon gebracht. Das Mädchen Elisabeth ist sieben Jahre alt, als ihr Vater ganz unerwartet an Herzversagen verstorben ist. Das Mädchen Elisabeth hat Begabung für Musik, nimmt Klavierunterricht, übt vier bis sechs Stunden täglich und es wird ihr 13-jährig bereits am Konservatorium von Dujon ein Preis für Klavierspiel überreicht. 14-Jährig reift in ihr der Entschluss, nur für Gott leben zu wollen und bevor sie 19 wird, erklärt sie bereits der Mutter, dass sie in den Karmel eintreten möchte. Der Karmel von Dujon war ihr vor Augen und die Mutter hat ihr gesagt, wenn du volljährig, damals 21, bist, bekommst du die Erlaubnis. So ist Elisabeth, 21-Jährig, in den Karmel eingetreten und nennt sich dort Elisabeth von der Heiligen Dreifaltigkeit. Sie stirbt bereits 26-Jährig, also nach fünf Jahren Karmel-Leben, an Morbus Edison, einer damals sehr schmerzhaft unheilbaren Krankheit, Versagen einer Nebenniere. Ja, da verstirbt sie sehr leidend. Ich möchte eine Passage bringen. In der Schule wurde ihr die Aufgabe gestellt, ihr und den Kolleginnen und Kollegen praktisch ein Selbstbild darzustellen. Wie sehen sie sich selbst? Wie beschreiben sie sich selbst? Elisabeth sagt, dass sie keine Freude hatte mit dieser Aufgabe, aber sie hat es trotzdem erfüllt. Es ist ein heikles Thema, sein physisches und moralisches Bild zu zeichnen. Doch indem ich meinen Mut in beide Hände nehme, mache ich mich ans Werk und beginne. Ohne Stolz glaube ich, dass die Gesamtheit meiner Person nicht unsympathisch ist. Ich bin braun und für mein Alter ziemlich groß, wie man sagt. Ich habe funkelnde, schwarze Augen, meine dichten Augenbrauen verleihen mir ein ernstes Aussehen. Der Rest meiner Person ist unbedeutend. Meine reizenden Füße könnten mir den Übernamen Elisabeth mit den langen Füßen, wie die Königin Bertha, einbringen. Das ist das Porträt meines Äußeren. Da wir gerade beim Moralischen sind, bemerke ich, dass ich einen ziemlich guten Charakter habe. Ich bin fröhlich und, ich muss es gestehen, ein wenig eigensinnig. Ich habe ein gütiges Herz, ich habe ein koketes Wesen. Man sagt, man müsse es ein wenig sein. Ich bin nicht träge, ich weiß, dass die Arbeit glücklich macht. Ohne ein Vorbild an Geduld zu sein, verstehe ich es im Allgemeinen, mich zu beherrschen. Ich bin nicht nachtragend. Das ist das moralische Bild von mir. Ich habe meine Fehler und leider wenig gute Eigenschaften. Ich hoffe, einige davon zu erlangen. Nun ist diese so langweilige Schulaufgabe endlich gemacht und ich bin sehr froh darüber. Noch etwas über ihre Person. Sie war gern gesehen. Sie wurde häufig eingeladen zu irgendwelchen kleinen oder größeren Festen zu feiern. Sie sollte Musik, Klaviermusik einbringen. Sie schreibt an anderer Stelle, Von Natur aus war ich heiter und offen für alle Freuden. Aber die gesellschaftlichen Feste ließen mich schon in frühen Jahren über mein Herz wachen. Mein Entschluss, mich ganz Gott zu weihen, behütete mich vor dem besonderen Reiz solcher Vergnügen. Wenn ich Einladungen zu Gesellschaften erhielt, schloss ich mich, ehe ich von zu Hause wegging, in mein Zimmer ein. Dort betete ich eine gute Weile. Ich wusste, dass ich ein so leicht erregbares Temperament hatte, dass ich mich zu größter Wachsamkeit zwingen musste. Es wird erzählt, dass ein junger Mann bemüht war, sie zu erobern. Dem soll sie mal gesagt haben, Jimmy, du langweilst mich. Es ist keine Kleinigkeit, wenn ein relativ junger Mensch recht gut unterscheiden kann, was eben erfüllend ist und was halt irgendwie zeitfüllend ist. Was auch nicht schlecht ist, aber doch nicht erfüllend sein muss. Was mir an Elisabeth gefällt, ist, dass sie ohne ihr Verdienst, sie wurde relativ bald ernüchtert, nenne ich es jetzt mal, sie ist siebenmal, als ihr Vater plötzlich verstirbt. Da merkt sie das Leben, wir haben es nicht vollständig in der Hand. Wenn wir bedenken, dass Elisabeth intensiv übt, um ihre Begabung zur Pianistin auch tatsächlich zur Entfaltung zu bringen, dann merken wir, dass das Zutun des Menschen wesentlich beiträgt dazu, dass ein Mensch der wird, der er werden kann. Und das zeigen ja alle sogenannten erfolgreichen Menschen, egal in welchem Bereich, in welcher Branche, dass Begabung eines ist, aber die Mühe, die Arbeit, das Dranbleiben, ständig beigetragen werden muss zur Begabung. Das sind sehr spannende Synthesen, sehr bedeutende Faktoren des Zusammenwirkens. Nun, Elisabeth hatte das Glück, dass sie relativ bald begreifen konnte, ihr Leben hat mit Gott zu tun und es wurde ihr von Schwestern im Kamel auch gesagt, dass der Name Elisabeth irgendwie mit Haus Gottes zu tun hat und dass sie sich als Haus, als Wohnung Gottes verstehen darf. Und sie hat Gott in sich an und ernst genommen und hat Gott in sich Autorität gegeben, Einfluss gegeben und hat somit sowohl Gott als auch das eigene Beitragen, das eigene Mühen, das eigene Wählen und Entscheiden, das hat sie alles eingebracht. Nun, was sagt sie allgemein und was sagt sie uns zum Thema Spiritualität? Sie sagt, tiefes Mitleid empfinde ich mit jenen Menschen, die sich nicht über die Erde und ihre Nichtigkeiten erheben können. Ich halte sie für Sklaven und möchte ihnen sagen, werft das Joch ab, das euch bedrückt. Was tut ihr mit den Ketten, die euch an all die Dinge fesseln, die geringer sind als ihr? Das heißt, ihr Selbstbild, welches wesentlich vom Gottesbild gestaltet war, hat ihr eine Art Souveränität und Freiheit gegeben. Früher hat man auch im Deutschen das Wort Hochgemutheit verwendet. Sie hat eine Souveränität und Freiheit gehabt, und diese Hochgemutheit gelebt. Und Hochgemutheit meint, bei dem bleiben, was meinem Wesen entspricht und sich nicht für Niedrigeres sozusagen herzugeben oder zu verbrauchen oder verwenden zu lassen. Das meint Hochgemutheit. Es braucht auch dann den Mut, aber vorher mal die Einsicht in das Potenzial, das in mir ist. In die Größe meiner Bestimmung. Wie auch immer wir es nennen. Und dass ich sage, bei den vielen, vielen Angeboten, die es gibt, dass ich sehr klar sage, tut mir leid, ich habe was anderes, was Größeres vor Augen und zu verwirklichen. Und es ist ja nicht unbedeutend, dass Menschen mal mit dem, was für einen Jungen in Überfülle da zu sein scheint, nämlich mit der Zeit, dass Menschen mit dieser sehr, sehr behutsam umgehen. Und sehr gut überlegen, wofür sie ihre Zeit geben. Bei der Wahrheit ist es so, und ich bringe es ein bisschen humorvoll, dass jemand sagte, die Wahrheit ist etwas sehr, sehr Kostbares, also lasst uns sparsam damit umgehen. So nicht. Also Wahrheit, Leben, Zeit ist etwas sehr Kostbares, deshalb wollen wir schon sehr, sehr ausgewählt mit ihr umgehen. Souveränität, eben mit Hochgemutheit, damit ich nicht Zeit und Kraft und Emotion und Begabung investiere für etwas, wo ich im Rückblick dann erkennen müsste. Schade, ich hätte es brauchen können. Für anderes, für Wesentlicheres. Die Zeit, die Kraft, die Begabung, die Möglichkeiten. Also die Elisabeth hat schon gemerkt, auch am Beispiel des Klavierspielens und des eifrigen Übens, es braucht Engagement. Der Apostel Paulus schreibt einmal Timotheus oder Titus, dass in damaliger Zeit, aber es ist auch leider heute verständlich, ein bisschen in der Soldatensprache, dass ein Soldat, mit dem der Feldherr zufrieden sein soll, ein solcher Soldat lässt sich nicht auf Alltagsgeschäfte ein, sondern wirklich beschäftigt er sich nur mit dem, was eben seine Aufgabe ist. Und ich will jetzt nicht eine Anleitung geben, was das für uns Christen bedeutet, aber doch andeuten die Verpflichtung zur permanenten Rücksprache mit unserem Herrn, Jesus. Und wenn diese geschieht, dann wird uns alles, was uns begegnet, was wir tun und was wir eben auch bekommen, all das wird uns zum Instrumentarium, zum Mittel zur Ausbildung. Und wir werden durch dieses Zusammenwirken von Gabe Gottes und menschlichem Engagement werden wir Himmel und Erde vereinen und wird sich das verwirklichen, was eben Jesus in dieser Welt verwirklicht hat, nämlich das Reich Gottes in unserer Welt zu inkarnieren, erfahrbar zu machen. Elisabeth sagt, Schon vor meiner ersten heiligen Kommunion liebte ich Gott so sehr, dass ich nicht verstand, dass man sein Herz einem anderen schenken kann. Seither war ich entschlossen, nur noch für Gott zu leben, nur noch Gott zu lieben. An anderer Stelle, ich fühle, wie alle Schätze, die in der Seele Christi verborgen sind, mein Eigen sind. Darum bin ich überaus reich. Voll Jubel will ich aus diesen Quellen schöpfen für alle, die ich liebe. Ich habe meinen Himmel auf Erden gefunden, denn der Himmel ist Gott und Gott lebt in meiner Seele. Oder dann sehr kompakt. Die Seele, die um ihre Größe weiß, tritt in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes ein. Sie wächst über alle Dinge und über sich selbst hinaus. Und weiter, ganz durchsichtig, klar und lauter möchte ich werden, sodass die heiligste Dreifaltigkeit sich in mir wie in einem Kristall spiegeln kann. Wie auch immer das Äußere unseres Lebens und das Gewand sein mag, das wir tragen. Jeder von uns muss ein heiliger Gottes sein. Nun, das waren ein paar kompakte Sätze, die uns nicht überraschen und die relativ leicht einmal vorgetragen werden, die auch gut angenommen und verstanden werden können. Es geht noch immer darum, wie geschieht denn dieses Kontaktnehmen im einzelnen Menschen, in der Seele. Wie geschieht denn dieses Zusammenwirken Gott und Mensch? Elisabeth war eine, die, dürfen wir ruhig auch mal sagen, die vom Leben ernüchtert wurde, wir können auch sagen, verletzt wurde. und jetzt ist es sekundär wieder, von wem wir sprechen. Geistliche Autoren sprechen davon, dass ein Mensch, der es meidet mit seinen Schwächen, mit seinen Wunden, mit seinen Verletzungen, mit seinen Schwachstellen und sensiblen Bereichen Kontakt zu haben, ein Mensch, der dies meidet, den Kontakt mit seinen Schwachstellen, und wir wissen, dass genau die Schwachstellen in der Welt kaum eine Legitimation haben. Deshalb sind auch wir gefährdet, sie sogar vor uns selbst zu verbergen. Wenn wir den Kontakt mit den Schwachstellen meiden, sie ausblenden wollen, dann verschließen wir die Zugangstore der Gnade. Dann, dann schneiden wir, bildlich gesprochen, die geistige Nabelschnur ab, die uns mit Gott verbindet. Wir kennen vom Apostel Paulus die Worte, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Er hat gebetet zu Gott, dass Gott eine bestimmte Schwäche von ihm wegnehmen möge und Gott antwortet ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. Es scheint, dass Menschen, die ihre Grenzen sehen wollen, dass die einen vollständigeren Blick für die Wirklichkeit haben. Dass die realistischer da sind. Und Menschen, die eben gewisse Bereiche ausblenden, sie haben eine eben unvollständige Selbstwahrnehmung und sind nicht ganz da. Josef Dierenbeck, glaube ich, war es, der davon gesprochen hat, du musst dich mit den sensiblen und zerbrechlichen Themen deines Lebens beschäftigen, willst du hinter die Weisung kommen, die dein Leben führen möchte. Vielleicht dürfen wir die Wunde des Lebens, die Schwachstelle als den aufbereiteten Acker sehen. Und da dürfen wir an das Gleichnis Jesu denken, wo ein Weinbergbesitzer einen Baum umhauen lassen möchte, aber sein Mitarbeiter sagt, ich will das Erdreich umgraben und düngen, lass ihn noch stehen, vielleicht bringt er doch Früchte. Ob es nun Beziehung im zwischenmenschlichen Bereich ist, oder Beziehung zu Gott, oder eben auch die Selbstwahrnehmung, sprich die Beziehung zu sich selbst, erst durch dieses Zulassen aller Schönheitsfehler, es gibt ein Buch mit dem Titel Heilige mit Schönheitsfehlern, und Zulassen von dem, was halt nicht unserem Ideal entspricht, und was eben noch an Differenz da ist zwischen dem Anzustrebenden und dem, was jetzt los ist, dass diese Ungereimtheiten, diese Nöte, diese Ängste, diese Hemmungen, diese Blockaden, diese seelischen Lähmungen, wie auch immer, diese Wunden, und wo Schuld und Sünde groß geworden ist, ist die Gnade übergroß geworden, das heißt, wo Verletzungen und Wunden der Seele groß geworden sind, wo der Schaden in der Seele groß geworden ist, da ist Gnade im Übermaß, die Frage ist, darf sie rankommen? Aus der Welt der Psychologie wissen wir, dass Heilung und Befreiung wesentlich durch Bewusstwerdung geschieht und dass es eine Art von Bewusstwerdung braucht, damit ist nicht verlangt, dass wir alles in psychologischer oder spiritueller Fachterminologie zum Ausdruck bringen müssen, Sondern Einsicht, Verständnis und Kontakt, also Krankheitseinsicht bei all den Bereichen haben, in denen wir noch nicht entsprechen. Es genügt nicht, diese Einsicht zu haben, wir brauchen unbedingt die allerhöchsten Ziele, die allerhöchsten Werte und die größte Bestimmung des Menschen müssen wir, die höchste Bestimmung müssen wir vor Augen haben, denn es könnte ja sein, dass ein Mensch seine Erwartungen ans Leben, seine Vorstellungen herunterschraubt und eben kaum mehr etwas erwartet und dann sagt er, es passt ja alles und er ist mit sich irgendwie in Frieden. Diese Art von Zufriedenheit dürfen wir nicht haben. Wir sollen eine Versöhnheit haben, auch zwischen oder versöhnt auch mit der Differenz zwischen Ideal und Status Quo, aber es muss auch die akzeptable Unzufriedenheit geben, die kreative Unzufriedenheit, dass ich sage, meine Sehnsucht kündet mir von etwas Größerem und meine Sehnsucht weist mich darauf hin, dass es Größeres gibt. Ich möchte auch zusammenfassend aus einem Brief der Elisabeth zitieren und ich meine, das hält sehr praktische Empfehlungen in sich, was sie da schreibt. An eine Freundin schreibt sie, nie bin ich allein, also sie spricht vom Wesen des Christseins und es ist ja Christus in uns, der den Menschen zum Christen macht. Nie bin ich allein, mein Heiland ist immer da, immer betet er in mir und ich mit ihm. Ach, wenn ich dich doch nur das Geheimnis des Glücks lehren könnte, so wie Gott es mich gelehrt hat. Du sagst, ich hätte weder Sorgen noch Leiden. Tatsächlich bin ich sehr glücklich, aber wenn du nur wüsstest, dass man in den Widerwärtigkeiten ebenso glücklich sein kann. Man muss nur immer auf Gott hinschauen. Im Anfang muss man sich anstrengen, wenn man fühlt, dass es in einem kocht, aber allmählich mit viel Geduld und der Hilfe Gottes gewinnt man die Oberhand. Du musst dir, so wie ich, im Innern deiner Seele eine kleine Zelle bauen. Du denkst dann, dass der liebe Gott darin zugegen ist und betrittst sie von Zeit zu Zeit. Wenn du deine Nerven spürst oder dich unglücklich fühlst, so flüchtest du rasch dahin und vertraust dich dem Meister an. Oh, wenn du nur eine geringe Kenntnis vom richtigen Gebet hättest, fändest du es nicht langweilig. Mir kommt es vor wie ein Ausruhen, wie eine Entspannung. Man begibt sich einfach zu ihm, den man liebt. Man hält sich ganz in seiner Nähe auf, wie ein Kind in den Armen seiner Mutter und lässt seinem Herzen freien Lauf. Du hast dich früher immer so gerne neben mich gesetzt, um mir deine Geheimnisse anzuvertrauen. Auf die gleiche Weise muss man zu ihm gehen. Wenn du nur wüsstest, wie gut er uns versteht, du würdest nicht mehr leiden, wenn du dies begreifen würdest. Soweit ein kleiner Einblick in das Leben der Elisabeth von Dijon und wir schauen ja auf das Leben anderer auch um uns zu sensibilisieren für das eigene Leben, um auch zu sehen, wie verschiedene Lebensumstände geeignet sind, um sozusagen auf den Größeren hin verwiesen zu werden, sich niemals als Alleinveranstalter des Lebens zu gestalten oder zu verstehen und nicht als Selbstversorger unterwegs sein zu wollen, sondern Bezug nehmen, sich beziehen auf jemand und es gefällt mir sehr gut, dass Elisabeth hier ihrer Freundin sagt, du denk daran, wie du mir früher deine Themen, deine Geheimnisse erzählt hast, so schildere es jetzt unserem Herrn und bedenke, er versteht uns sehr gut. Ich meine, dass wir in unseren Gebeten unsere Sehnsucht oder vielleicht sogar auch das Schweigen der Sehnsucht zum Thema machen sollen und den Herrn auch fragen können, sollte es nicht Größeres sein, was ich in dieser Welt verwirklichen kann, erfahrbar machen kann und ich meine, dass es das größte Geschenk an Gott ist, wenn wir unser Leben zur Entfaltung bringen, dass es das größte Geschenk ist an die Mitmenschen, wenn wir entfaltet leben und ich denke immer wieder daran, wie jemand sagte, frage nicht danach, was die Welt von dir erwartet, sondern frage danach, was dich lebendiger macht und dann gehe hin und handle entsprechend, denn die Welt braucht nichts dringender als Menschen, die lebendig geworden sind. Dankeschön.